Ey, hier sind die Battle Golems, wenn man die braucht. Boah, siehst du da? Titano Ruchi. Ich klicke auf White Knight, der springt auf Titano Ruchi. Da, siehst du jetzt schon wieder. Was hat das denn für ein Problem? Da, wieder Titano Ruchi. Ich meine, der braucht Titano Ruchi. Keiner. Kein Mensch. Keiner. Geil. Boah, was haben wir denn da? Weapon. Weapon Elixir. Oh. I'm lock in. Fullscreen. Ta, 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 ta. So, I will make it. Fullscreen. Wait, guys. Oh, yeah. Oh, yeah. Ooh. Set. Fullscreen. So, now I need change. Secure to secure to secure to secure to. Ta, 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 ta. That is easy. That is easy. Ich glaube, hier habe ich mein Silko noch gar nicht runtergeräht, ne? Hier habe ich mein Silko noch nicht runtergeräht. Nee. So. Auf jeden Fall. Chief General. Chief General. Ja, wie gesagt, wir haben einen. 14 Degree Bow. Plus 5. Yay. Socket Stones haben wir auch. Maximum HP Increase. Chance of not consuming MP. Aha. Mhm. Was haben wir denn hier alles? Quest. Sealed Crystal Staff. Den muss ich killen. Schaffe ich nicht. Alleine schaffe ich das nicht. Wen soll ich damit schon killen? Quest Eaten. Ja. Eddie hat den Rachen. Eddie hat den Rachen. Eddie hat den Rachen. No name. Trigger Scrolls. Medizin of instant recovery. Yeah. Medizin of instant recovery. Ja. Als Bauer blockt man. Manchmal rennt er da durch und dann blockst du einfach. Hammer. Wie viel Silks habe ich überhaupt? Wird das überhaupt bei euch angezeigt jetzt? Ne wird eben nicht bei euch angezeigt. Warum wird das nicht bei euch angezeigt? Schade. Was ist. Forza Pan of Fortuna? Was ist das? Premium Magic Pop Card. VIP. Very Import Pussy. ihr könnt das leider nicht sehen ich weiß auch nicht wieso vielleicht vielleicht muss ich ja das eine aktivieren ich habe ehrlich keine ahnung daily quest manager das war daily quest manager was sagt er uns das ist ein voller server das ist unnormale so habe ich hier irgendwo 120 oder reitet einer dabei einer den rachen gern was hat denn eigentlich meine rache aktiviert sind hier ja guck mal klick klick das ist lag klick 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 das ist wirklich lag so access storage das ist wirklich lag was ist das denn awaken stone weapon ah ich habe ja welche gebraucht awaken stone weapon was ist das 12th stone in chamber of what is that entrance ticket for what you can enter the chamber of what is that clock of renecination aha monster summons called party use party use diesen sechs das sind drei da sind drei und da sind sechs ach so das ist nur auf level 30 oder was keine ahnung so wir haben hier war 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 half moon jaguar summer summons cool ja ich habe viel ich habe sehr sehr viele tüger 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 von streng end hey doch das sind avatar ist ne der es sind aber 5 500 500 500 2,8 500 500. Ach, hier bin ich ja auch noch rein. Clocks. Clocks. Level 1, Level 1. No name, no name. Bagdad, let's go to Bagdad. Bagdad. Ich hab Bagdad noch nie durchforstet. Noch nie, ganz ehrlich, noch nie. Bagdad, what is that? I don't know. What is that, what is that, what is that? So, pass mal auf, wir müssen ja noch ein bisschen hier. Settings von ihm. Steam. So, besser. So, besser. Passt alles gleich, ne? Wo sind wir? Da. Bagdad. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Oder hier. Desert River. Desert River. Sollen wir mal da hingehen? Let's go to Desert River. Die Frage ist, wo muss ich hier raus? Irgendwie musste man hier, hier und dann erst da durch, oder? Weil hier kann man nicht direkt durch. Wisst ihr, was ich mein? Boah, guck dir das an. Da, und jetzt hängt meine Aufriss, oder was? Oh, stupid Idiot. Ah, ja. Aber wir können 120% Speed. Irgendwie sowas war das. Nur so kommen wir irgendwie raus. Boah, guck mal. Och, so dumm. Storage irgendwo da hinten. Die haben das einfach so kacke gemacht. What is this? Max Level of the current server is? Okay. 130. Boah, das, das, das regt mich doch schon so dermaßen ab, dass es so lag. Und klick, klick. Da musst du echt klick, 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 die klick. Shit. Shit. Legend, legend, immer noch bereit sind die hier nicht. Yay, masaka. Hier sind alle tot. Und hier sind alle tot. Und hier weiter rein. Ich glock, ich tue mal mein Pättchen rein. Ah, Battle. Fuck. Der ist einfach zu riesig. Dort noch ein bisschen. Okay. Endlich ist er weg. Warte mal, wir müssen, wo müssen wir denn hin? Die sind Level 121. Ich spiele auf den offiziellen Serben, also auf den originalen von GIMAX. Keine P-Server. Hä, wie komme ich denn jetzt da hin? Ich sage bloß, ich muss hier hin. Weil da komme ich ja nicht hin. Krass, man muss einfach schon die ganze Zeit vorher klicken. Die sind Level 122. Ach ja, ich bin Level 121. 50% mehr Erfahrungspunkte. Okay. Shopwave killet, Leute. Ja, kein. Guck mal, was alles so glänzt, ey. Das hasse ich so. Jeder hat irgendwas. Ich will auf jeden Fall wieder Blader sein. Keine Bow. Blader. Ich glaube, ich bin jetzt wieder auf Full-SDR geskillt. Ja, ich bin auch Full-SDR. Bin mir nicht sicher. Ich kann auch noch mal komplett so einen Scheiß-Cool kaufen. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. Ach, die Wichser, die geben mir auch noch geblieb. Sackgasse. Boah, boah, renn, renn, renn. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sind gescheiterisch im Kreis. Die sind auch Level 13. Die geben auch noch den Vorring. Ich weiß gar nicht. Ab0, leihau. Goingی kapiteluan. Tomat�... E si, die haste. Schleif ja längst du. parce... ... Vielen Dank.